Wer mir die Geschichte nicht selbst passiert, ich könnte sie nicht erfinden. Von der Version, die Stansfield verkauft hat, weiß nur ich, was stimmt und was nicht. Aber er muss aufgrund seines Jobs die Klappe halten, das ist bei mir anders. Scheiß auf den Job. Ich will nur, dass die Wahrheit erzählt wird, dass einmal gesagt wird, was wirklich passiert ist, auch wenn niemand diese Worte jemals liest. Die Kakaouette. Ich habe nichts gegen sie, aber sie sind nicht alle. Sie sind alle, dass sie in die Kakaouette sind. Sie sind alle, dass sie in die Kakaouette sind. Oh ja, und zwar den Hörner-Kaouette. Oh ja, meine Kinder. Sie sind alle, dass sie die Musik hören, wie die Kakaouette, die gleiche Saison. Wir essen alle, wir essen alle, wenn man ein Burger, morter, morter, morter und morter. Das macht 92 Fr. bitte. Behalten Sie das Wechselgeld. Es gab eine Zeit, in der ich alles hatte. Alle haben mich gefragt, wie ist es, unantastbar zu sein? Die Frage, die Sie eigentlich hätten stellen sollen, ist, was ist, wenn das alles vorbei ist? Sie sind mit gutem Beispiel vorangegangen, als Ihre Mafia-Freunde verpfiffen haben. Wir sind nicht mehr in Brooklyn. Nichts ist weiter entfernt von Brooklyn als dieses Rattenloch. Vom Zeugenschutzprogramm habe ich echt die Schnauze voll. Willkommen in Frankreich. Passen Sie sich an, ich will Ihnen nicht alle 90 Tage einen neuen Wohnort suchen müssen. Und, haben wir noch dieselben Namen? Nein, wir sind die Familie Beck. Irgendwas zu berichten? Kinder, Schule. Die werden sich schneller einleben, als wir. Du bist wahnsinnig. Danke. Reden wir über die Beschwerden, die es über dich gab. Beschwerden? Korruption, Diebstahl, Bestechung. Ich will meinen Anwalt sprechen. Du beurre de cacahuète. Erdmusbutter. Echte Seite, Interim-Undefutter. Merci. Dumme, Amerikaner. Wie war euer Tag? Gut. Sie wissen, was passiert, wenn die Sie hier finden. Dafür gibt es ja Sie, dass das nicht geschieht. Machen Sie mir den Job nicht unnötig schwer. Es ist Jahre her, seit ich bei der Beichte war. Ihre Familie ist die Inkarnation des Bösen. Warum nur all diese Kummer? Und wie war der erste Tag? Och, nichts. Besonderes. And I'm feeling good. Warum hast du den Klempner umgebracht? Hab ich gar nicht. Ich hab ihn ins Krankenhaus gebracht. Und wer repariert jetzt die Rohre? Und wer baut den Supermarkt wieder auf, der am Tag unserer Ankunft ausgebrannt ist? Huh? Untertitelung des ZDF, 2020